Zimmergeburtstag, richtig? Ist doch schön. Wie viel Dezember denn? 24 hoffentlich. Das ist ein heiliges Kind. Oder wie viel Dezember hat die Geburtstag? Ist nicht schlimm, da kannst du dich nochmal nachfragen. Ist auch nicht schlimm. So geht ja auch die Welt nicht unter, ne Mama? Hier, du musst auch Babalu aufnehmen. Alles klar. Du weißt aber schon, dass der Himmel auch rot wird. Abendrötter gibt. Die kann auch zwischen den Wolken entstehen. Wenn ich jetzt das Handy hier so hinstelle, geht es dann um? Das geht um, das würde ich lassen. Nein. Und da gibt es keine andere Länder dran, ne? Ich muss jetzt aber näher ran. Das geht nicht gut. Wieso nicht? Ja, ja. Pass bitte auf, dass es nicht runterfliegt. Die Kinder freuen sich da schon. Hier, Herr Hedine. Ich gehe da nicht dran. Es darf einer nicht am Balkon wackeln. Ich gehe da... Komm, Kraniche, hör mal. Nein, da passen wir nicht drauf auf. Komm, Kraniche. Ich muss dein Handy aufladen. Du musst dein Handy aufladen. Holger, Hoss, kannst du bitte aufpassen, dass dein Handy gut abfiegt. Wir müssen jetzt doch wieder... Oh. Ey, scheiße hat die hier gemacht. Ich kann nicht aufpassen. Ich muss hier aufpassen. Da. Das fühlt doch so aus. Eine gute Idee. Fühlt das? Ja. Wichtig? So ist es jetzt mal. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Du bist alles gleich schon. Die ganze Daten, wir sind alles in den Decken, ne? Da gehe ich. So, ich gehe jetzt voll, bitte schön. Was sagt man, Dere? Papa? Da war das schon. Da war das schon. Ja, wie viel Aqua das hier drauf ist. Hat der auch schon gefressen. Ach so, ich habe dich auf deinen Info-Rekord sofort, äh, Info-Rekord angeschrieben. Muss man mal zurück antworten, okay? Hast du gehört? Ja. Und du hast mich zurück mit deinem Phantom-Rekord? Was? Ja. Das ist nett, danke. Hallo, Nabend. Hi. Hallo. Schönen Abend, ihr süßen Leuten, netten Nachbarn. Ich will auch mal gucken, ob das so funktioniert. Halt jetzt mal. Du darfst dich hier nicht so viel bewegen. Äh, das Handy hat eine Hülle. Die ist da ein bisschen schräg unten Boden. Am Boden ist die Hülle schräg. Das hält nicht. Das hat eine gerade Hülle. Das hält. Ich wollte das gucken. Na eben. Halt nicht. Du musst die Kamera bis hin. Warte bis hin. Halt ein paar bisschen gerade in Richtung Sonne. Dankeschön. Nein, warte. Okay, ich geh da nicht vor. Es wird verschraubt. Wollte das jetzt ein Witz sein? Was? Dann stell dich doch neben mir hin. Nein, du musst das jetzt auch nehmen. Sonst siehst du gar nicht, was ich dir trägt, Bache. Der Bekopf bewegt sich nicht, wenn du Schritte machst. Nur wenn ich jetzt einen Stuhl dahin schiebe, dann, ja, dann habe ich jetzt schlechte Karten. Mein Anders, der kann auch bitte zurück an den Vorrat machen. Es macht ja auch. Nein, das war ich nicht. Egal. Das war ich nicht. Ich stand neben dir. Wie gesagt, das geht nicht. Vielleicht war ich das überhaupt, ne? Ja, mit dem Stuhlrücken. Nein, ich habe keinen Stuhl gerückt. Nein, das macht das nicht nochmal. Nein, das war der Vogel. Die Amsel hat das gemacht. Wo ist denn da ein Vogel gewesen? Ja, die Amsel hat doch, äh, ja, die Amsel war es. Oder es hat sich einer hier am Gelände gestoßen. Kann auch sein. Nein, ich war da gar nicht dran. Ich gehe hier. Ja, wer hat sich da am Gelände gestoßen? Ich nicht. Ich stehe hier an dem Schieter. Ich war aber auch hier am Stuhl, ne? Er war da. Das war schon, das ist ja, das hilft nicht. Hat denn einer von den Nachbarn sich dran gestoßen? Auch nicht, ne? Ja, das war die Amsel. Hat es einer von euch begeteilt, den Nachbarn? Nö. Ne, es ist kein Arzt raus. Ne, das war die Amsel. Und da stehen ja unten welche. Ja, aber ich bin am Rätsel, weil unser Balkon hier zum Wackel gebracht hat. Ich stehe hier. Ich war es aber doch auch dicht. Und der Stuhl war es auch dicht bei mir. Ne, das war die Amsel, der hat sich, ich glaube, nicht davor geflogen. Nein, das gestoße kam von unser Gelände. Das kam nicht von den Nachbarn von unser Gelände. Das kommt von unser hier, ja? Ich bin da ja nicht dran. Ja? Von oben, von unten kam es nicht. Nein. Von den Nachbarn, über uns, von den Nachbarn, unten kam es nicht. Das kam von unser Gelände. Entweder bin ich dran gekommen aus der See oder was? Ich bin sehr froh, dass es nicht runtergeflogen ist. Nee, ich glaube, ich bin dran gekommen. Kann das sein? Ja. Ein Eigenverschuldung gemacht, auf Deutsch gesagt. Na schön, habe ich jetzt ein Handy kaputt gemacht. Funktioniert dann doch, oder? Ah doch, du bist mit dem alten Handy da ran gestoßen, habe ich gesehen. Doch, bist das wirklich. Ohne zu merken, hast du mit meinem alten Handy an den Gelände gestoßen. So, guck mal. Ja? So, dass es jetzt runtergefallen ist. Das warst du wirklich, du. Außer See, ne? Je nachdem waren es gerade. Es war keiner von den Nachbarn auf dem Balkon. Wie soll es funktionieren, wenn oben und unten kommt? Wie soll es funktionieren, wenn der Klang von bei uns herkommt, von unser Balkon herkommt? Der Klang kam von unser Balkon, das gestoße kam von unser Balkon, nicht von oben und unten, ja? Wie soll es keine verkehrten Andeute machen? Ist jetzt gut. Wie ist hier die Schleierwolke so komisch, ausgefranst? Hm. So weit können die oben gar nicht, äh, so weit können die gar nicht bei uns zu stoßen, die Nachbarn. Das ist... Also, das haut dich über dich hin. Warte mal, ich guck mal, ob rechts der Komet zu sehen ist. Ne. Kommt nur dann erst raus, wenn da dunkel ist. Da war ich das mit den Stoßen. Einer von uns beiden. Ne, ich hab gesehen, du warst, du warst mit dem alten A32 da, mit dem lila Handy warst du in der Handtaste, mit dem Blümchenhüte, mit der Blümchenhülle, mit der Blümchenhülle, mit der geblümten Handyhülle, mit der geblümten Handyhülle, mit der geblümten Handyhülle, wie es heißt, da hast du durch den Balkonlänge gestoßen. Das warst du, eindeutig. Nein. Da bin ich gar nicht dran gekommen. Wer war es dann? Der Pastor. Wer? Wer? Weiß ich nicht. Die Nachbarn waren es auch nicht. Hat ich das gesagt? Nö. Also egal, ob da eine Heide. Also die Ingenie. Das ist ja ein Flüchtag, ne? Nee, da kommt ein Brümmer. Warte. Der Brümmer ist ja nicht dran. Von welche Richtung, Mama? Hier. Von der Autobahn. Warte mal. Hm? Wer denn sehe ich den scheiß Flieger sowieso nicht? Der ist in der schwarze Wolken drüllen. Nee, den siehst du nicht. Der ist hoch. Nee, ich sehe den nicht. Ernsthaft? Aber du hast ihn kaum gesehen, richtig? Ja, du hast ihn kaum gesehen, richtig? Hä, du hast gerade gesagt, dass er kaum gesehen hast. Ja, von welcher Richtung kam der? Hier, von der Autobahn. Warte. Ja, der Flüchtag möchte dich hören. Nee, der hat nicht hören. Warte, ich identifiziere mein Flugzeug, ja? Der ist genau in die Richtung geflogen. Oh, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ein bisschen näher. Da komm ich doch gleich. Der ist so weit in den schwarzen Wolken, den sehe ich nie kaum. Hörst du das? Kranisch, hörst du das? Doch. 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 Ich habe aber welche gehört. Aber du siehst dich nicht mal weit in den Wolken reinfliegen. Das ist das Problem. Ja, ich will dich von da kommen. Von da? Von da. Soll ich dir helfen? Ja, such mal selber. Ich nicht. Du hast dir gar nicht durch die Glocken gehört. Du musst von der rechten kommen. Ich kann dich nicht so gut sehen, weil die Kamera scheiße ist. Ich meine, das wäre er mit seiner Serie. Nein. Ich esse nicht. Ja. 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 Aber ich sehe nichts. Jetzt kam keiner, siehste. Wenn die zu weit oben sind dabei, dann kann ich sie sowieso nicht erkennen. Schon gar nicht bei der debiligen Wolkenformation, die da oben ist, ja? Ich kann nichts dafür. Ich fliege zu weit hoch. Gesehen hast du ja? Gucken, gesehen hast du ja? Welche Richtung denn? Nein, nein, die kam von links. Ja, da kam von zwei Richtungen oder was? Von links und rechts. Schön. Hast du links auch nie gesehen? Beides? Versuche es nochmal, aber es bringt nichts. Wenn ich die nicht fitte, kann ich nichts ändern. Nein, der hat nur eine Musik an. Es waren keine Viecher, es war Musik. Fällt es an zu regnen? Nein. Nein. Muss ich jetzt hier so gucken, aber ich meine, es wären keine gewesen. Ich habe keine gefunden. Hier ist auch kein Reb. Kirchefenster ist nichts. Also, Richtung Waschernpflicht ist. Ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Die Kraniche? Weiss ich nicht. Ja, es wird auch dunkel. Ey, man, die sind dunkel. Da siehst du keine Kraniche, hallo? Es ist schwarz draußen. Ey, sag mal, das wird zwar gut. Ich suche hier nach Kraniche, wenn die mir gerade komplett fitzer und schwarz wird. Was ist das denn für ein Witz von dir? Ballaballa Schinkdon oder was? Schinken? Schinken, ein Schinken, der große Witze macht, ein großer fetter Schinken oder was? Ballaballa Ding Dong, Schinkdon. Ey, das wird zwar gut. Ich suche nach Kraniche und da sagst du, der Himmel ist dunkel, abgeschwärzt. Also, ich hab jetzt hier flau gesucht, flau, ne? Ich kann dir sowieso nicht bei der Scheiß-Situation darüber kämpfen, bei den Schleierwolken. Es sind aber Kinder am Mittelnstraßen-Spielplatz spielen. Die macht nichts. Beschuldige keine Mama. Es bleibt gar keiner was. Oh, niemand. Es kommen nur Kinder nach Hause zum Abendbrot, seit, ja. Das war lustig, wie das Handy geknallt hatte. Bum, bum, bum. Da ist aber auch bum, bum, bum kaputt. Juhu, die Technik geht bei uns kaputt. Da ist der Stromschab, Wasserschab, Wasser einmal, Stromkabel da verschoben, Fernseher war aus komplett. Ey, das ist so witzig. Sein Leben ist richtig scheiße, witzig, echt, immer mal. Ja, da steigen welche nur die Autos aus, äh, da. Ist nicht so der Mast des Schlimmes. Jetzt steh ich so weit weg, ey. Jetzt steh ich hier besser. Da gehen nur welche mit dem Hund spazieren. Jönem ist ein Gassi, wisst ihr das? Mhm. Ja. Ja, nee, der hat, der tut gerade eine Großfamilie, Einkauf machen, Eis steigen. Ist aber nicht schlimm. Das Kind hat sogar Spaß. Schöner Spaziergänger. Ach, der mit dem Spitzhund, mit dem Spatzspitz, wieder da. Schön, ne? Ach so, oben über deinen Kopf, da sind Fischmusterwolken. Bei einem Fenster nach oben, guck mal. Da sind Fischmuster, da. Glocopold, da oben Fischmusterwolken. Jetzt kann ich das Handy auch wieder abdunkeln. Nee, geht nicht. Jetzt wird die Belichtung zu hell gemacht. Das war jetzt dumm. Der Spazspitzhund, ein schwarzer Hund. Ah, da muss man wirklich das sehen. Mein Freund ist weg. Was? Ja, ich weiß es nicht. Entweder hat er sich hingelegt oder was. Ich habe keine Ahnung. Wolltest du nicht seine Serie geguckt? Ja, er hat keine Kopfhörer. Er sucht da Kopfhörer. Ich glaube, er... Er kann doch deine nehmen. Ja, das würde ich ihm gleich sagen, okay? Die liegen doch da in dem Regal, die weißen. Ich wollte seine Schwester nicht geblockt, aber ich habe die nicht erkannt. Tut mir leid. Kann mal passieren, dass ich Leute nicht mehr erkenne und vergesse. Nee, es pisst nicht. Da oben ist was zu sehen, so ein Mond. Guck mal. Du brauchst nicht da oben zu gucken, das mache ich doch schon. Der ist jetzt schon durch die Wolken zu sehen? Nee, das glaube ich sowieso nicht, oder? Wenn es doppelt selig, ey, Leute. Ja, und wo ist der Stern? Ha! Der komische Stern da. Nichts. Dreh den aber auch scheiße drauf. Sokratulis, in dem ich ein Stern dabei ist. Ein bisschen zurück machen die Kamera. Ja, so ist es rein. Na, wo ist der? Wo ist dieser? Na, der ist doch nicht zu sehen, der Stern. Hier, da oben ist so ein Finger, so ein Halbmond da oben, ne? Dann kriegst du ganz schlecht. Ja, scheiße, schleier Wolkendome. Da kommt das von den Wolken, oder was, dass man den schlecht drauf kriegt? Ach, ne, so krieg ich den gut. Und so übelst, gammelst, schlecht, ey. Nur mit dem scheiß Schleierwolken, dumm. Ich warte, da war gerade ein kleiner Vogel dahergeflommen. Piepmatz. Ich muss mich setzen. Hinter mir ist ein Stuhl, da kannst du dich hinsetzen. Um. Um...